Die Behörden erklärten am Mittwoch in einer westlichen Region Russlands den Ausnahmezustand, wo die Ukraine angab, sie habe über Nacht ein Waffenlager getroffen. Die lokale Zweigstelle des Ministeriums für Notfälle erklärte, dass der Notstand in einer Stadt in der Region Bryansk nach mehreren Explosionen ausgerufen wurde. Die ukrainische Armee gab an, ein Lager getroffen zu haben, in dem Munition für Raketen und Artillerie gelagert war. Einschließlich der von Nordkorea gelieferten sowie ferngesteuerte Bomben. Das Ministerium für Notfälle in Bryansk erklärte, die Situation sei unter Kontrolle und erwähnte kein Waffenlager. Der regionale Gouverneur Alexander Bogomac sagte auf Telegram, dass die russischen Luftverteidigungskräfte über Bryansk in der Nacht 24 Drohnen abgefangen und zerstört hätten. Die Region Bryansk grenzt an Weißrussland, die Ukraine und die Region Kursk in Russland, wo Moskau seit August kämpft, um ukrainische Truppen zu vertreiben. Im vergangenen Monat verursachte ein ukrainischer Drohnenangriff in der Region Tver in Russland, westlich von Moskau, eine gewaltige Explosion, nachdem ein großes Waffenlager getroffen worden war, was die Menschen zwang, aus einer nahegelegenen Stadt zu evakuieren. Die Region Tver in Russland